Und jetzt von welchem Tee wollten wir noch mal trinken? Fencher Rosengarten. Keine Ahnung. Schön, 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 schön. Rechtsmann. Schön. Kannst du die Türen auf deiner Seite abschießen? Du hast hier einen Supportant rausgenommen. Da ist jetzt ein Druck drin. Das kann sein. Fahr mal raus. Wenn der Supporter drin ist, dann ist es doch... Hier auf der Seite war keiner. Das waren die Füße. Die haben durchgeklemmt. Schön, Jungs. Mach ruhig ein bisschen mehr Tape, oder? Schön, das Tape ist geil. Gute Vorstellung. Geil, 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 geil. Das hat mich super. Geil, ey. Repariert, meine Damen. Das war... Das war... Das ist... Das ist... Das ist ein Gag nach meinem Geschmack. Ein Join zur Edeltour-Gönnung wollt ihr auch, Jud. Wir kiffen nicht. So Bock auf Kiffgras.